Herzlich Willkommen hier im Autohaus in Rüsselsheim. Ich darf euch heute diesen Crosshand X vorstellen, der bei uns neu eingetroffen ist. Zu den Ausstattungsmerkmalen, LED-Tagfahrlicht, Alufelgen. Im Innenraum ist er ausgestattet mit Teilleder. Schauen wir uns einmal den geräumigen Kofferraum an, der Ihnen für jegliche Einkäufe viel Platz bietet. Im Innenraum an dem Multifunktionsdenkrad, welches auch aus Leder ist es einmal die Lenkradheizung, der Geschwindigkeitsbegrenzungsautomat sowie der Tempomat und einmal für problemloses Anrufen ablehnen in Verbindung mit dem Telefon die Knöpfe hier rechts. In der Mitte an dem Display finden Sie einmal die Möglichkeit für die Klimaanlage. Die Klimaautomatik ist zwei Zonen und einmal die Möglichkeit für die Navigation nur über Ihr Telefon die Projektionsfunktion. Unter anderem besitzt das Fahrzeug eine Verkehrsschilder Erkennung und eine Sitzheizung sowie zu der erwähnende To-Holter-Assistentin. Wenn Ihnen das Fahrzeug gefallen hat, freue ich mich über einen Anruf. Mein Name ist Sven Ludwig und wir heißen Sie hier im Autohaus in Ludwig herzlich Willkommen.